Mein ganzes Leben lang verliehen die Zehnringe unserer Familie Macht. Wenn du willst, dass sie eines Tages dir gehören, musst du mir zeigen, dass du stark genug bist, sie zu tragen. Du bist das Werk all jener, die vor dir kamen. Das Vermächtnis deiner Familie. Du bist deine Mutter und ob es dir gefällt oder nicht, du bist auch dein Vater. Ich sagte meinen Männern, sie könnten dich nicht töten, auch wenn sie es versuchen. Glücklicherweise hatte ich recht. Du bist nur ein Krimineller, der Menschen töte. Junge, sei vorsichtig, wie du mit mir sprichst. Ich dachte, ich könnte meinen Namen ändern, ein neues Leben anfangen. Aber ich kann seinem Schatten nicht entkommen. Mein Sohn, du kannst vor deiner Vergangenheit nicht davonlaufen. Ist es das, was du wolltest? Du kannst das. Danke. Und ich gucke das Indikation.